so leute ich hatte vor einiger zeit dass schon mal dass ich so ein ganz kurzes video draus hatte wo wirklich wirklich wenig karten drin waren weil es war der box topper von ikoria und diesmal mache ich den box topper von double masters auf double masters bedeutet zwei box topper das heißt dass hier ist ein booster mit zwei karten drin ist nicht durchsichtig aber ist schon hier angeschlagen wo man das sieht ich bin gleich echt mal gespannt wie die karten darin aussehen weil der sieht nicht so geil aus der box topper na wirst du gut aufgehen so jetzt mal gucken wir rum so rum unsere erste box topper karte ist kalia of the west die ist hübsch ein schwarzes ein weißes ein rotes ein farbloses 2-2 fliegend immer wenn sie angreift kann man eine engel eine dämonen oder eine drachen karte aus der hand angreifen ins spiel bringen das war mal eine richtig teure commander karte und die ist richtig hübsch war wirklich hübsch und unser zweiter box topper ist auch ein commander atraxa freighters voice ein schwarzes ein blaues ein weißes ein grünes also alles außer rot 4-4 fliegend wachsamkeit todesberührung und lifeling und zu beginn des end steps proliferated man ja das war cool das war cool wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin euer blackseat ciao ciao